Tag zwei der Kämpfe in der Ukraine. Russische Truppen rücken immer weiter auf Kiew vor. Die ukrainische Hauptstadt wird laut Regierung aus der Luft beschossen. Die Einwohner bangen um ihr Leben. Derweil gibt sich Moskau auch im diplomatischen Bereich Kampfes bereit. Auf das verschärfte Sanktionspaket der Europäischen Union kündigt Moskau prompt Vergeltungsmaßnahmen an. Brüssel will nun auch das Vermögen von Russlands Präsident Wladimir Putin und dessen Außenminister Sergej Lavrov einfrieren. Derweil wendet sich der russische Chefdiplomat mit einer klaren Botschaft an das Nachbarland. Wir sind jederzeit zu Verhandlungen bereit, sobald die ukrainischen Streitkräfte unserem Aufruf folgen, ihren Widerstand einstellen und ihre Waffen niederlegen. Lavrov fügt hinzu, dass die russischen Truppen die Ukraine von Unterdrückung befreien wollen. Die Aussagen deuten darauf hin, dass Moskau einen Sturz der Regierung in Kiew plant. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky beklagt, dass der Westen zu langsam sei mit seiner Hilfe. Der Staatschef ruft Europäer mit Kampferfahrung auf, sein Land zu unterstützen. Zelensky hält sich als Oberbefehlshaber der Armee nach eigenen Angaben weiter in Kiew auf. Laut Experten droht dem 44-Jährigen dort Lebensgefahr.